Jungs Musik! Jungs Musik! Jungs Musik! Jungs Musik! Liebe SchülerInnen, verehrte StudentInnen oder alle anderen Lernwilligen, die sich keinem Geschlecht zugehörig fühlen oder im falschen Körper geboren wurden und einfach nur ihre wahre Existenz als Sackkartoffeln ausleben möchten, ich heiße euch alle herzlich willkommen im ersten Semester des Studiengangs Heavy Metal und allgemeines Ballern auf Master. Master! Wir lernen heute die Grundlagen, die man als Fan der besten Musik von der Welt beherrschen sollte. Und Grundlage Nummer 1 ist, wenn du jetzt denkst und vielleicht sogar laut aussprechen möchtest, dass man das mit der besten Musik von der Welt doch gar nicht so pauschal sagen kann, verlasse einfach den Hörsaal. Nebenan findest du das Seminar Klugscheißen oder Fressehalten, da bist du besser aufgehoben. Und ja, liebe Leute, hier wird geduzt, denn die Metal-Community ist eine große Familie und wie im richtigen Leben kann man sich seine Verwandtschaft nicht aussuchen. Das Konzert ist unser Weihnachtsfest, bei dem der Baum brennt und Oma Inge die Bude vollreihert, weil das letzte Mon Cherie wohl schlecht war. Das Open-Air-Festival ist unser Familienausflug, auf dem Onkel Heinz mit seiner Schlagerscheiße nervt, wenn er nicht gerade vom Führer schwärmt und seine angeekelte Nichte begrapscht. Familie halt! Zunächst sei festgestellt, dass es wie in jedem anderen Studiengang auch hier ein eigenes Vokabular gibt, das uns vom Rest der ungläubigen und wissenden, unspaßigen Gesellschaft abgrenzt. Zum Beispiel bezeichnen wir eine Schrankwand als Plattenregal. Die CD nennen wir konsequent Silberling, was in etwa so locker rüberkommt, als wenn ein mausgrauer Finanzbeamter zum Bleistift sagt und dann so komisch gluckst, als hätte er gerade einen mega guten Witz gerissen. Wir sagen nicht, die Musik ist gesundheitsschädigend laut, wir sagen, was ein Brett. Wir nennen es nicht Hobbykeller, sondern Proberaum. Wir nennen es nicht Frühstück, sondern Palette 5,0. Und Kleidung, die weder Nutzen noch ästhetischen Wert besitzt, bezeichnen wir als Kutte. Anstelle von Gott sagen wir einfach Dio, statt zu säuseln, hey mein Freund, lausche und genieße mit mir diese entzückte Musik, es wird dein Schaden nicht sein. Hauen wir unserem Nebenüber mit voller Wucht auf den Oberarm, ziehen eine Schnute, deuten mit den Händen das Halten einer Gitarre an und zucken mit dem Kopf. Er wird uns verstehen. Hat man sich erstmal Grundbegriffe wie PA, Riffgewitter, NWOBHM, Sludge Doom oder Norwegian Pro Wrestling Deathgrind oder früher waren die besser drauf geschafft, gilt es, sich mit den Unterrichtsmaterialien einzudecken. Das Wichtigste ist die Musik. Also sollte man sich erstmal Benchshirts kaufen, damit man auch nach außen hin klar machen kann, dass man weiß, wie der Hardrockhase läuft. Wäre ja auch bescheuert Heavy Metal Fan zu sein und das nicht der ganzen Welt mitzuteilen. Für den Anfang reichen erstmal 30 bis 40 Baumwollleibchen. Von einer eigenen Kutte sollte man zu Anfang die Finger lassen, das ist was für Fortgeschrittene, die tatsächlich wissen, was sie da tragen. Ein Shirt von zum Beispiel Sabaton, Amanamath oder Metallica kann man hingegen problemlos auch dann anziehen, wenn die metallische Fan-Karriere bis dato aus Radio-Rock-Antenne und dem Gucken einer NDR-Doku übers Wacken bestand. Da muss man keine kritischen Fragen fürchten, höchstens hier und da ein bisschen angespuckt werden. Natürlich sollte man sich dann schnellstmöglich auch wirklich mit Musik vertraut machen. Es empfiehlt sich der Gang in eines der immer seltener werdenden Hi-Fi-Fachgeschäfte und der Erwerb einer auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnittenen Anlage. Sind Verstärker, Boxen, CD-Player, Doppelkassettendeck und Plattenspiele eingetütet und zu Hause verkabelt und aufgebaut, empfiehlt sich das Testhören mit einer satttönenden Death-Metal-Scheibe aus dem Hause Cannibal Corpse, Enttombed oder Unleashed. Voll aufdrehen und dann Hand an die Wand. Vibriert das Mauerwerk nicht spürbar, den ganzen Bums wieder einpacken, in den Laden zurückbringen und mindestens zwei Nummern größer kaufen. Denn grundsätzlich gilt, kommt bei halber Lautstärke der Stück von der Decke und rutscht die Raufhasertapete von den Wänden und die Solarpaneele vom Dach, ist man auf einem guten Weg. Den Rest besprichst du mit deinem Otologen. Bevor ihr jetzt googelt, ein Otologe ist ein Ohrenarzt. Eigentlich ein einfaches Wort, das aber stets eingedeutscht wird, im Gegensatz zum Arscharzt, den alle humanistisch gebildet als Proktologen bezeichnen oder dem Pimmelarzt oder dem Muschiarzt. Es kommt wohl immer drauf an, welche Körperöffnung untersucht wird, wie verständlich man sich ausdrückt. Egal. Weiter in der Vorlesung. Hauptsache die Anlage sieht gut aus, hat Wumms und wird gleich einem Altar in Szene gesetzt, während Besitzerin oder Besitzer weiterhin Playlisten via Spotify auf dem Taschentelefon runternudelt, weil nach Shirts und Technik einfach keine Kohle mehr übrig ist, um sich mit Tonträgern einzudecken. Zumal man natürlich Stilecht auf Vinyl setzt. Dumm nur, wenn da die samt und sonders aus verurteilten Mördern bestehende Black Metal Band aus den Wäldern Skandinaviens ihr neues Album zwar in ganz entzückenden pinkfarbenes Plattervinyl anbietet, dieses aber schon vor offiziellen Release als Sold Out gemeldet und bei Ebay für das Dräufzigfache des Listenpreises feilgeboten wird. Man hat es nicht leicht als angehender Metal Fan. Ein großer Punkt sind die Haare. Lange Haare waren in früheren Zeiten ein Zeichen von großer Macht und einem hohen Stand in der Gesellschaft. Insofern hat sich nichts geändert. Nun ist es so, dass es in den 80ern unmöglich schien, als Metal Fan keine Mathe zu haben. Allerdings war das zu einer Zeit, als sich die Headbanger noch samt und sonders den getrockneten Eiter der Pubertätsakte aus dem spärlichen Bad bröselten. Allerdings ist man Metal for Life oder gar nicht. Ja, liebe StudentInnen, nicht für den Metal lernen wir, sondern für das Leben. Und mit zunehmender Alterung der Szene hatte die vornehmlich männliche Belegschaft immer mehr mit Haarausfall oder gar schäbigen langen Haargrenzen zu kämpfen. Heutzutage ist man da weiter und das tote Gewebe, das mal mehr oder mal weniger prachtvoll aus der Schädeldecke quillt kann, getragen werden, wie man will. Man darf aussehen, als würde man tagsüber Versicherungen verticken und abends trotzdem bei Blind Guardian am Mikro stehen. Insofern macht euch da mal keinen Kopf drum. Hat man sich erstmal all die Basics drauf geschafft, geht es ans Eingemachte, die erste Prüfung ist fällig, der Bachelorabschluss in Schwermetallistik sozusagen, ein Live-Konzert. Hier erfolgt eine erste Spezialisierung. Es gibt den Fachbereich Über-Enthusiasmus, für den man sich selbst für die letzte Hinterhofkapelle schon Stunden vorher vor der Location die Beine in den Bauch steht, um nach dem Einlass wie komplett verblödet zur Bühne zu rennen, um sich einen Platz in der ersten Reihe zu ergattern, den ihm oder ihr bis zum Ende des Konzerts überhaupt niemand streitig machen will. Kennzeichen, er nähert sich hauptsächlich von Koffein-Bonbons und die Tarnhose tarnt vornehmlich einen an den Oberschenkel getapeten Katheterbeutel. Trägt immer ein T-Shirt der Band, die gerade auf der Bühne steht, um dem Sänger bei Ansagen behilflich zu sein, falls ihm mal der Name seiner Kombo entfallen sein sollte. Der Wirkungstrinker ist meist auch früh da, allerdings um zu saufen, bis der Arzt zweimal da war. Bei Einlass ist er schon komplett fertig. Beginnt die Band zu spielen, reißt er seine Arme hoch, nicht ohne den Umstehen in eine Bierdusche zu verpassen, grunzt etwas Unverständliches und fällt um. Er bleibt an Ort und Stelle liegen und schlummert selig vor sich hin. Er lässt sich auch nicht davon stören, dass man gelegentlich auf seinem regungslosen Körper rumtrampelt. Das verbucht er unter Kuttenimprägnierung. Die dritten Spezialisten sind die Supercoolen, die permanent im Raucherbereich, an der Theke oder sonst wo rumstehen und labern, nur nicht dort, wo man etwas von der Bühne sehen kann. Tragen auffällig oft selbst in der finstersten Kaschemme Sonnenbrillen. Fachbereich 4 sind die Amateure, also Leute, die einfach Spaß und eine gute Zeit haben wollen. Hast du dein erstes Konzert überstanden, ohne zu weinen, weil dir jemand gesagt hat, dass dein Shirt von einer Scheißband ist oder ein Stage-Diver, die eine Killerniete in den Augapfel gepiekt hat, bist du bereit für das Aufbaustudium. Einen Abschluss wirst du allerdings nie erreichen. Denn einer der Sätze, die jeder Headbanger beherrschen muss, ist Du hast überhaupt keine Ahnung von Metal. Ich hab Ahnung von Metal. Und da sind sich alle in der Familie einig. So, damit sind wir für heute fertig. Lest bitte bis zum nächsten Mal die Biografie von Lemmy. Ich muss jetzt in mein Büro frühstücken. Prost.